Die Reise beginnt am Brunnen von Löching. Wir fahren jetzt einfach. Regel Nummer 2, die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer 3, die Teilnehmer verpflichten sich Sex zu haben. Auf den Bauch, dreh dich um. Die gesamte Karte auf einmal beim Kriechen zu essen. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir jetzt jede dämliche Idee machen wissen, die wir jetzt 15-Jährige hatten. Doch. Schrei mir nicht so an! Das ist echt ein Arschloch. Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschistes Bundesland! Das war Nordrhein-Westfalen. Du bist eine Legende, Fred. Du musst den, als der du geboren wurdest umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst. Die Leute bezahlen nicht dafür, wretched weit zu sehen. Sie bezahlen, weil sie alten John sehen wollen! Entschuldige. Schon klar. Vielleicht hätte ich unauffälliger sein sollen. Du machst nie und hollerulturaue. Und wenn du das sagst, stammst du da! An der Stelle wechseln wir dann in den Opernhaften Teil. Ah, der opernhafte Teil, klar. Das geht ja ewig, scheiß sechs Minuten. Deine arme Frau, wenn du glaubst, sechs Minuten sind ewig. Deine arme Frau, wenn du glaubst, sechs Minuten sind.